Diesen Sommer könnte Borussia Mönchengladbach seine Abwehr mit einem in der Bundesliga bekannten Namen verstärken, Richard Libazor. Der niederländische Verteidiger, der bereits zwischen 2017 und 2019 das Wolfsburger Trikot trug, ist nach aktuellen Informationen des Portals AZ Alerts neben dem VfL Bochum auf dem Radar der Fohlen. Der derzeit 27-jährige Bazor hatte eine solide Saison bei AZ Alkmaar, wo er als Innenverteidiger in 42 Pflichtspielen zum Einsatz kam. Sein Vertrag mit dem niederländischen Klub läuft jedoch im Juni nächsten Jahres aus und die Möglichkeit eines Transfer in die Bundesliga nimmt langsam Fahrt auf. Was Bazor für Vereine wie Borussia Mönchengladbach zu einem attraktiven Spieler macht, ist seine Vielseitigkeit. Obwohl er von Natur aus ein Innenverteidiger ist, kann er auch als Mittelfeldspieler agieren, die Verteidigungslinie verstärken oder im Mittelfeld einen Beitrag leisten. Diese taktische Flexibilität ist für jeden Manager von Vorteil, insbesondere in einer so wettbewerbsintensiven Liga wie der Bundesliga. Trotz seines Könnens und seiner Erfahrung könnte Bazor bei seinem aktuellen Verein mit einer gewissen Unsicherheit konfrontiert sein. Trainer Martin Martens hat angedeutet, dass er einen Linksverteidiger in der Innenverteidigungsposition bevorzugt, was den Rechtshänder Bazor in eine ungünstige Situation bringen könnte. Diese taktische Änderung könnte einer der Faktoren sein, die den Spieler dazu veranlassen, über einen Transfer nachzudenken. Neben dem Interesse von Borussia Mönchengladbach und dem VfL Bochum hat Bazor auch die Aufmerksamkeit von Klubs außerhalb Europas auf sich gezogen. Teams aus Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und sogar der Premier League würden den Spieler im Auge behalten und unterschiedliche Perspektiven für die Zukunft des Verteidigers bieten. Dem Bericht von AZ Alerts zufolge scheint ein Wechsel zu einem anderen Eredivisie-Klub für Bazor jedoch nicht in Frage zu kommen. Der Spieler wäre eher geneigt, neue Herausforderungen außerhalb der Niederlande zu suchen, insbesondere wenn die sportliche Möglichkeit attraktiv ist. Für Borussia Mönchengladbach könnte die Verpflichtung Bazors eine strategische Verstärkung darstellen. Das Team, das nach einer Saison voller Höhen und Tiefen einen Neuaufbau anstrebt, braucht Spieler mit der Erfahrung und Anpassungsfähigkeit, die Bazor bietet. Aufgrund seiner bisherigen Tätigkeit in der Bundesliga kennt er das Tempo und die Anforderungen der Liga bereits, was ihm die Integration in die Mannschaft erleichtern könnte. Und du, Fenn? Glauben Sie, dass Bazor eine gute Ergänzung für den Kader von Borussia Mönchengladbach wäre?